Hallo Paraguay Live, wie immer, liebe Grüße aus Paraguay, diesmal sind wir in Asunción und zeigen euch ein Baumarkt, eine Art von Baumarkt, was man so in Deutschland oder Österreich oder auch in der Schweiz sicherlich kennt. Also, falls ein Teister besteht, bleibt einfach dran und ich zeige euch praktisch im Inneren, wie so ein Baumarkt, ein Haus, vorausgesetzt, wie wir kommen, also nehmen wir ihn, ja, bis dann. So, ihr seht da hinten, Ferrex, das ist sowas wie ein Bauchhaus im Prinzip und, äh, man sieht mich schlechter, so, jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber das ist ja jetzt die Sonne, aha, jetzt müssen wir uns ein bisschen verstecken, ja. Also, also seht ihr auf jeden Fall hinter mir, so, das ist der Ferrex, also sowas ähnliches wie ein Bauchhaus in Deutschland oder Obimark, ja. So, jetzt kommt's, äh, ja. Vielen Dank. 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 Ciao, ciao.